Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones & Liberty. Gestern haben wir über das Halloween-Event gesprochen. Das wurde ja leider auf heute verschoben. Das heißt, wenn ihr das Video seht, dann sollte das Halloween-Event auf jeden Fall auch aktiv sein. Und dann werden wir da auch die nächsten Tage einmal reinschauen. Heute geht es einmal darum, euch zu erklären, wie das Auktionshaus funktioniert. Weil ich habe euch ja in den letzten Videos ganz viel dazu erzählt, wie ihr Lucent verdienen könnt und wie ihr Sachen verkauft. Und da habe ich mir gedacht, wäre es doch mal an der Zeit, jetzt auch zu erklären, wie ihr das Auktionshaus nutzt, um dort am besten Sachen auch zu kaufen. Egal, ob es jetzt um so Land geht, also um Gold oder um irgendwelche Eigenschaften bzw. Trades oder sonstiges. Deswegen gehen wir einmal rein ins Auktionshaus und wir machen das am besten an einem Beispiel. Wir nehmen einfach von mir ein Item und wir schauen mal, wie man da die Eigenschaften drauf bekommt. Ich habe euch ja erklärt, das was es im Endgame ausmacht, sind die Eigenschaften. Wundert euch nicht, ich habe übrigens den Talo-Stab weggepackt und nehme jetzt den 2-Black-Stab. Der ist sehr viel besser als der Talo-Stab. Und will jetzt hier andere Eigenschaften drauf haben. Ich habe schon eine Chance auf starken Angriff, da komme ich gleich noch drauf. Aber was muss ich jetzt tun, um eine weitere Eigenschaft auf den Stab zu haben? Genau den gleichen Stab brauche ich nochmal mit einer anderen Eigenschaft. Da kann ich erstmal gucken, welche Eigenschaften können überhaupt auf den Stab drauf. Dafür gehe ich hier auf Eigenschaften, gehe auf den Stab drauf und dann unten Eigenschaft selektiv freischalten. Dann gucke ich, was will ich überhaupt haben. Mana-Regeneration und Abkling-Tempo klingt sehr, sehr gut. Dann merke ich mir die beiden Sachen, Mana-Regeneration und Abkling-Zeit, das will ich haben. Und gehe ins Auktionshaus und suche danach. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig, gerade auf der Playstation oder auf der Konsole ist das echt nicht so einfach. Das ist mit Maus und Tastatur für die PC-Leute auf jeden Fall sehr viel entspannter. Wir gehen immer auf Waffe, wir gehen auf Stab und jetzt ist es wichtig, dass ihr auf die Kriterien geht. Weil sonst werden hier einfach alle Waffen und alles mögliche angezeigt und das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir auf Suchkriterium und dann ganz wichtig, ihr wollt ja eine Eigenschaft finden und dann müsst ihr hier auf Eigenschaft umschalten. Das geht bei mir mit R3. Und jetzt habe ich mir die Eigenschaft gemerkt, Mana-Regeneration, gebt das hier ein und sagt anwenden. Jetzt ist die Liste erstmal sehr viel kürzer, er ist wieder auf alle Waffen rüber gesprungen. Das ist immer ein bisschen nervig. Für die, die es nicht wissen, wenn ihr L3 gedrückt haltet, dann kriegt ihr hier so einen Marker. Das müsst ihr auch machen, damit ihr hier dann wieder auf Stab kommt. Und dann sehen wir alle Stäbe, die es gibt mit Mana-Regeneration. Und das ist dann so sortiert, dass der günstigste ist ganz oben und dann wird es immer, immer teurer. Deswegen müssen wir hier ein bisschen weiter runter. Ihr könnt natürlich auch hier einfach den Namen eingeben, könnt aber hier auch einfach gucken, wo ist der erste günstigste Stab. Und dann seht ihr hier zerschlagener Kampfstab von 2Black, das ist ja genau der in den Spielen. 69 kostet der, den würde ich jetzt kaufen und dann habe ich den gekauft. Und jetzt ist ganz wichtig, ich hatte euch ja geklärt beim Eigenschaftsvideo, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt es auf jeden Fall nochmal an. Dass ihr immer nur das gleiche Item braucht, um eine neue Eigenschaft freizuschalten. Aber sobald ihr die einmal freigeschaltet habt, dann könnt ihr jeden Stab nehmen. Und dann nehme ich natürlich hier den günstigeren Stab für 20 Lucent und kaufe den hier einfach dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Dann gehe ich wieder zurück zu meinen Stäben, habe jetzt ungefähr 120, 130 Lucent ausgegeben. Gehe hier auf meinen Stab, sage wieder Eigenschaften, Stab. Und dann seht ihr schon, da wird nur ein Stab ausgewählt. Mein Stab, den ich gerade gekauft habe. Den 2Black Stab, den nehme ich drauf, zack. Habe meine Regeneration freigeschaltet und jetzt zeigt er mir die 3 anderen Stäbe an, die ich dann einfach mit draufpacken kann. Und dann habe ich mal eben aus dem Nix, ohne dass ich wirklich was gefarmt habe oder so, einfach nur, weil ich ein bisschen was auf dem Auktionshaus verkauft habe, mal eben 60 meiner Regeneration auf den Stab gehabt. Wenn es das Auktionshaus nicht gäbe, wäre die einzige Möglichkeit für mich, erstmal im Koop-Dungeon, im Tyrannen-Koop-Dungeon, hier unten, hier, Insel der Tyrannen, den Stab zu finden. Das ist eine Chance von 5% und da muss ich auch noch Glück haben, dass genau die richtige Eigenschaft darauf ist. Die einzig andere Möglichkeit ist es, bei dem Stab selektiv freizuschalten. Und das ist unfassbar teuer, macht das auf gar keinen Fall. Außer ihr habt ein unfassbar, unfassbar seltenes Item, wie irgendwie ein World-Boss-Item. Das kostet nämlich 100 Eigenschaft Freischaltsteine und die sind super, super selten. Deswegen macht das wirklich nur bei Items, die wirklich das Beste vom Besten sind und nicht bei irgendwelchen Koop-Items. Ihr habt gerade gesehen, wie günstig ich 4 Items gekauft habe, um Mana-Regeneration zu holen. Und das gleiche könnte ich jetzt auch noch mit Abkling-Tempo machen. Und das habe ich auch schon mit einigen anderen Items gemacht. Hier zum Beispiel einmal meinen Mantel habe ich gemacht. Dann habe ich hier Mana-Regeneration auf meinem Armschutz gemacht, weil Mana-Regeneration war bei mir ein ganz großes Problem. Deswegen habe ich da ganz viel investiert. Hier habe ich nochmal Mana-Regeneration komplett aufs Eisband gemacht. Hier nochmal Mana-Regeneration auf den Gürtel, auf den Schuhen nur freigestaltet. Aber die Schuhe habe ich sogar tatsächlich im Koop-Dungeon gefunden. Die passen jetzt hier nicht gut rein. Aber ihr seht schon, so könnt ihr wirklich für euer Loos-Item richtig, richtig günstig im Shop einkaufen. Die nächste Sache, die im Auktionshaus super wichtig ist, ist Solant. Weil Solant, werdet ihr merken, wird irgendwann wirklich knapp. Ich bin jetzt gerade bei einer Million. Gerade wenn ihr anfangt Bücher zu craften, überhaupt Dinge zu craften, Lithographien zu craften und so weiter, dann braucht ihr irgendwann Gold. Das ist einfach so. Und dafür könnt ihr einfach ins Auktionshaus gehen. Hier unten auf Materialien. Dann müsst ihr einmal neu laden. Und dann seht ihr, gibt es hier edles Marint. Für aktuell 6 Stück für 48, 6 Stück für 57, 2 Stück für 19. Ungefähr ist der Preis pro Einheit immer so bei 8, 9, 10. Und da kriegt ihr für 10 Solant einfach 432.000. Für 10 Lucent 432 Solant. Und das macht ihr dann, sagen wir mal, ihr holt 10 Stück für 100 Lucent. Da müsst ihr ungefähr eine gute Eigenschaft verkaufen. Und kriegt dafür 4 Millionen Gold. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Morgen gibt es dann auch endlich ein Video zum Halloween Event. Ich bin selber auch schon auf heißen Kohlen. Habt ihr extrem Bock drauf, in dieses Korb dann zu gehen und zu schauen, was man da alles bekommen kann. Wenn ihr das Halloween Video verpasst habt, dann schaut euch das einfach hier nochmal an. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.